So, hello, hello und willkommen zur neuen Folge Minecraft Apollo, der zweiten Folge von der Ausgabe Apollo hier. Ähm, genau, heute habe ich sehr viel zum zeigen. Zum einen habe ich hier mein Horstiefeld gebaut, wie ihr hier schon seht. Ähm, und ich habe hier, ich melde jetzt hier gerade noch Glaseridinos, ne? Kann ich gleich die Scheiben hier anbauen? So, die Scheibenidinos, so, bam, 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 bam. Ich habe sehr viel weiter gebaut, wie ihr zum einen hier auch seht ihr gleich. Ähm, nämlich habe ich eine Idee gehabt. So, bam, bam. Ihr habt das schon gesehen hier da vorne? Ähm, ja, ich baue einen Turm. Und, äh, ja. So, zuerst wollte ich nicht noch sagen hier. Ähm, ich habe es hier richtig schön hier gebaut. Und das ist schon der Turm. Ich gehe gleich auf drauf ein. Auf jeden Fall hier, ähm, wie gesagt, äh, Merch. Ich weiß dann 30.shop hier, wie hier eingeblendet. Ähm, wie kommt ihr zu meinem Shop? Und da gibt es hier ein neues Design, namens Franzl. Ähm, wer es noch nicht kennt hier, ist ein richtig cooles Design, wo er einfach Franzl hier am Flugzeug sitzt und, äh, so einen Schnitzel hat. Gibt richtig viel hier einfach. Warte, ich kann hier auch hier auf die Seite gehen. Hier gibt es richtig viel. Zum einen gibt es hier, ähm, hier, also hier hat T-Shirts, einfach Hoodies und T-Shirts. Äh, Hoodies für die kalte Winterzeit jetzt. In allen möglichen Farben. Hier sieht man es auch noch in blau, grün, gelb. Alle möglichen Farben. Und, ähm, genau. Dann gibt es auch solche Federmäppchen für die Schule. Und, ähm, hallo, äh, ja, warte, warte noch kurz. Bist du gerade da? Äh, ja, ich bin gerade da. Warte kurz. Hi. Oh, hi, warte mal, warte mal. Ähm, allerdings, warte kurz. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Okay, warte kurz. Äh, ja. Oh, stimmt, Julien, du bist ja dein eigenen Shop jetzt, oder? Also, ja, ich stehe gerade vor. Ey, gell? Leute, wenn ihr es nicht wisst, Leute, Julien ist dein eigenen Shop hier. Ich glaube, wie ist die, wie ist die, wie ist die, 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 die Adresse? Julianus33.com, äh, Punkt Shop, Punkt Shop, Punkt Shop. Julianus33.shop. Ja, ich schau mal kurz, das meine ist schon mal gut. Ey, wie geil, du hast ein Franzen-T-Shirt. Ja, richtig cool hier mit so, wo Franzen jetzt sitzt. Ey, geil, ja, Leute, ich kann mal vorbeischauen beim Julien auf Julianus33.shop. Können wir dir ein Franzens-Shirt holen hier und Fede bei Piazza auch sich gerade. Ja, ja, und solche Tasten auch und, äh, Rucksack, Schuhrucksack. Ja, was ist das für Blitze? Und warum hast du eine Skybase gebaut? Also, die Skybase, äh, ja, die Skybase. Ey, warte, 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 ich wollte nur kurz vorbeischauen, ich habe hier etwas für dich als, äh, kleines Geschenk hier vorbereitet. 3-Zür. Ja, die brauche ich dir, ich brauche nur für die Quest. Und hier hast du Dalo, ich habe keine Ahnung, was es ist. Dalo? Dalo, okay. Ey, warte, Julian, 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 brauchst du zufällig, äh, Dings, äh, für die Quest, Klaas? Hä, äh, Klaas, äh, für was für mich? Wenn ich die Klaas gebe, ich brauche es nicht. Mein Haus hat keine Fenster. Warte mal, Klaas. Auf geht's. Und, sehr, sehr, sehr neugierig, ich sage dir, sehr neugierig. Der Tower, der wird noch was, okay? Ja, ich habe keine, was es ist aber richtig. Und hier ist doch schon ein Haus? Ah, ja, ich habe leider noch nicht, ich kann auch keine Rüstung, ich war noch nicht wirklich meinen. Nicht geil. Baut Ideen hast du hier. Ja, da habe ich noch nicht ausgelassen. Ja, apropos Baut Ideen, ihr könnt in die Kommentare schreiben, Baut Ideen, wie gesagt. Okay, alles klar. Ja, dann, Julian, ähm, ich wollte dich nicht lange aufhalten, äh, so, aber ich habe jetzt meine Quest hier. Äh, mach einem Mitspieler ein Geschenk, so habe ich jetzt abgeschlossen. Perfekt, so. Okay, ähm, ja, stimmt. Du bist vorbei, ist dann bei meinem assaftigen Unboxing. Warte mal, noch kurz, war noch kurz, ich habe noch, ähm, mein Holz-Dings. Lass, was habe ich hier gerade? Irgendwo habe ich Holz. Ich will es nur noch ein Geschenk geben. Mal kurz, äh, Architekt, was habe ich denn alles? Krieger, meiner. Okay, warte, 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 warte. Julian, ich habe hier, Bogenbox, okay? Ich kann den Greatbow bekommen. Warte, wie schließt man die, die, die Dings ab? Du musst die Tech-Zepit machen. Ich mache auf, ich mache auf. Also Holzfäller komplett. Claim? Moonstonebow. Herr Floor, ich habe es gekriegt, ich habe 10 Dollar gekriegt. Und die Box, was bringt dich, die Box, was bringt dich, die Box? Julian, äh, die, mit der Rechtskrieg ziehst du die auf und dann kommt ein Item raus. Mach mal auf. Hast du bekommen? Lol, ne Demon, ne Demon-Axt. Wie gut? Lol, wie gut. Welche Farbe hat die vom Namen? Rot, also lila, äh, blau so. 10 Attack-Damage. Oh lol. Oh lol. 10 Attack-Damage? Ja, Damage. Ein halbes Herz, nicht mal. Oh mein Gott. 10 Damage. Ich weiß nicht, ob sie gestorben ist. Alter, was hast du schon alles gebaut? Und hier einen Weg zu dem Tower. Ja, äh, ja, das war ich noch. Macht's wieder gut, äh, bis bald. Ciao, ähm, okay, das war gerade mit Flo, ähm, da ist gerade irgendwie Flo gekommen. Okay, ähm, ja, wie gesagt, äh, Jonas30.job. Okay, hier habe ich das Holz, hier habe ich das unabsichtlich offen gemacht, wo ich Dings gemacht habe. Jetzt habe ich noch 10 Dollar, 10 Dollar, 10 Dollar. Ich glaube, mit 10 Dollar kann man sich irgendwie hier, äh, solche Chunks kaufen, dass irgendwie keiner, äh, bei mir abbauen kann. Ähm, okay, so ein Brooming-Stand kann ich eigentlich gleich reinstellen hier. Ein Brooming-Stand kann ich eigentlich gleich nutzen. Eventuell, wenn ich Wasser hier habe. Ähm, okay. So, ich glaube, ich gehe jetzt dann auch gleich in die Mitte. So, ähm, 10 Dollar. Ich brauche auch 3 Dollar, weil ich schaue mal hier in den Questbook, was es hier noch gibt. Ähm, weg. So, äh, hier gibt es noch Willkommen. Ähm, was gibt es das hier? Schenke einen Mitspieler ein Geschenk. Okay, das muss ich auch noch machen. Bogenbox kriege ich da. Gibt es ja meiner. Okay, mache ich das auch gleich. Da kriege ich richtig viel, gell. Ich muss unbedingt viel mehr machen in den nächsten Folgen. Okay, äh, kill 25 Zombies. Das gibt es hier noch. Äh, Begleiter. Finde einen Begleiter und ein Haustier. Okay, lol. Eine goldene Box kriegt man. Richtig viel. Äh, 20 Dollar Box. Wooden Box. Äh, blende ein Fanart mit Online-Picture-Frames ein. Ja, wie gesagt, ähm, einfach Fanarts hier, ähm, schicken auf, äh, twitter.com. Slashyrunner30, äh, also jahres3300, hier eingeblendet gerade. Einfach in der Beschreibung nachschauen. Einfach mich taggen auf Twitter. Und unbedingt, ihr könnt auch ein Follower da lassen, hier, ähm, weil ich habe erst nur 2000 Follower. Und, ähm, ja, da könnt ihr irgendwie, äh, ein Fanart kicken. Oh, oh, was ist das hier passiert? Äh, oh, äh, da ist anscheinend gerade hier ein, äh, Server irgendwie, der Server irgendwie geprägt. Oh, was ist das? Habt ihr es gehört? Oh, hallo? Äh, oh, Leute, wer bist du denn? Der hat weiße Augen. Bist du, bist du, äh, okay, warte mal, äh, was bist du? Oh, hallo, Julian. Warte mal, Zeus? Warte mal, was du? Warte mal, warte mal kurz, ich hole kurz die, die, die Dings. Warst du der, der den Brief geschrieben hat? Ich denke schon, oder? Geh Zeus. Was noch Cheeseburger essen, denke? Denke ich. Äh, sorry, hatte, äh, hatte ein bisschen Verspätung. War noch Burger essen, hatte Hunger. Okay, ja, das sieht man dir irgendwie auch anders so Hunger hast. Ähm, äh, ich bin der Gott der Blitze und ab sofort bist du mein Untergebener. Okay, äh, ja, Gott, also du siehst auch, ich bin der stärkste Gott von allen. Alter, du siehst du auch aus mit Blitzen und so. Richtig cool, äh, ja, du kannst irgendwie auch mal hier reingehen und dich irgendwie einnisten. Äh, ja, äh, ja, bleib doch da eigentlich irgendwie mal, ähm, warte mal, ich sage dir noch ein bisschen was ein hier. Äh, dann kann ich gleich die Quests machen, ja, bleib da irgendwie sitzen und, äh, ja, okay. Was ist das? Was ist denn für ein Typ? Ein Gott? Okay, ich glaube, das war der, der den Bild, äh, den Dingsher geschickt hat. Ähm, so, bezüglich den Tower, äh, ja, den, äh, ist er noch nicht wirklich fertig hier. So, Quests, ähm, so, ich sage mal Quests. Was habe ich hier noch Quests? Meiner, Bauer, äh, Krieger. Äh, Kill Zombies, okay, das ist nicht so gut. Bauer, ähm, Kill 15 Hühner, das kann ich eigentlich machen. 15 Hühnerkind, Community, okay, Fanart, was ist das hier? Architekt, baue dir ein Haus. Okay, das kann ich schon machen eigentlich. Also, warte mal, Detect, äh, okay, ich brauche Glas, äh, ne Dings, ein weißes Bett und ein Ofen. Ofen habe ich eigentlich schon. 40 Fackeln brauche ich, okay. Äh, ja, Gott, äh, bleib mal irgendwie da drinnen, äh, ja, bleib doch mal alles aussitzen. Äh, gefällt mir hier. Ja, ja, das, das denke ich auch. So, ähm, was wollte ich jetzt machen? Genau, äh, Dings brauche ich. 40 Fackeln kann ich irgendwie craften hier. Alright, so. So, so. Gibt hier, gibt es hier auch einen Burger? Ähm, ähm, einen Burger, äh, ich habe gerade nicht so viel zu essen. Komm mal, Tello essen. Tello, Tello, Tello. Ich kann dir ein paar Karotten irgendwie geben. Äh, da hast du Karotten. Mehr habe ich gerade leider nicht. Ein Burger. Äh, sorry, Mosimi, ich habe noch gerade selber noch nicht so viel zum Essen irgendwie. Keine Ahnung, passt schon. Äh, so. Glas brauche ich. Äh, Fackeln brauche ich jetzt. So. Äh, genug Fackeln. Ich hoffe, das geht sich aus. Für 40. Oh, oh, es geht sich nicht aus. Ich glaube, ich gehe einfach zu Flo und Frage hin. Äh, einen Ofen habe ich hier schon. Genau, das Glas ist ja auch schon fertig. Einen Ofen. Okay, das brauche ich noch hier. Ähm, einen Ofen. Ein weißes Bett. Okay, ich brauche, äh, okay. Drei Fackeln und ein weißes Bett. Weil man kann nicht eigentlich hier abbauen. Ich brauche noch eine Fackel. Okay, ähm. Ja, warte Gott. Ich komme bald wieder und so. Äh, ja. So, ähm. Ich brauche ein Bett. Ein Bett. Drei Wolle. Äh, ich könnte eigentlich. Warte, ich glaube, ich gehe auch zu Dings hier. Ähm, zu guten alten, ähm. Oh, kann ich nicht craften? Habe ich so schon craftet? Ah, ich habe schon gecraftet. Okay. Nice. Ich gehe jetzt mal zu guten alten Dings hier rüber. Zu, äh, guten alten, ähm. Zu einem guten alten Dorf hier. Jetzt habe ich noch ein paar Villager. Und der ist nicht. Was? Wer ist denn das? Hallo? Lotto, man. Oh, ist so ein Lotto-Dings? Ich denke schon. Jeder ist ein Gewinner, sagt er. Okay, es sind nämlich Schafe. Und Kühe. Dann kann ich die Schafe noch irgendwie, ähm. Das wollte ich schon zeigen, die Schafe melken. Die Schafe, ähm, scheren. Habe ich das Bett eigentlich aussitzt? Auch jetzt brauche ich noch eine Fackel. Äh. Warte mal, ich kann vielleicht mit Gott fragen, ob der mir eine Fackel gibt. Äh, so. Ähm. Guter, lieber Gott, äh, Zeus. Äh, kann ich eine Fackel haben? Da, ich habe dir Karotten gegeben. Hoffentlich gibt er mir eine Fackel. Ich hoffe. Hallo? Ähm. Kann ich eine Fackel haben? Wann habe ich da unten noch irgendeine Fackel? Oh, la. You feel windy, carry. Oh, la. Beneath your field. Ich bin richtig schnell, ja. Oh. Oh, danke, okay. Jetzt habe ich das ja auch abgeschlossen. Okay, danke, hier. Ähm, ne, guter alter Gott, hier. So. So, jetzt habe ich die Quest eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt habe ich schon ein Bett. Und, äh, ja, Quest complete. Architekt, okay. Ähm, Claim. Okay, jetzt habe ich 50 Dollar schon gekriegt. Ähm, okay, äh, so. Okay, Worldbox habe ich gekriegt. Okay, was bekomme ich? Was bekomme ich? Äh. Oh, hier die Crowbar. Okay. Repair, repaired with iron ingots. Ich weiß nicht, was bringt jetzt gerade. Ich habe 50 Dollar bekommen. Jetzt habe ich schon 50 und 10. Okay, ähm, so. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich gleich den nächsten Dings machen. Ähm, okay, was gibt es hier? Ich könnte eigentlich, ich glaube, 40 oder so kostet das. Äh, ein Shunk so. Okay, dann mache ich so, so, so. So, das Holz, das, äh, Dings, Holz, Dings brauche ich nicht. Ähm, alright, so, so. Äh, ist nicht, ich war jetzt mein Inventar. Ich habe auch relativ viel. Ich hoffe, ich kille nicht irgendwie Flo. Ich glaube, Flo ist eh ein Lieber. Also, passt das schon. Vielleicht habe ich noch für Quests. Äh, Back. So. Die habe ich schon, äh, Completed. Ähm, was gebe ich noch? Mythologie. Schlicht dir eine Gottheit an. Okay, das habe ich jetzt auch. Eine Gottheit an. Deck, Deck, Deck. Deck, äh, Checkbox-Task. Äh, ja, habe ich. Okay, Claim. Äh, so, was habe ich hier gekriegt? Okay, Mythologie. Was komme ich? Oh, Diamond Shield. Diamond Shield, okay. Kann ich das irgendwie in die Hand nehmen? Nee, ich glaube, ich muss das hier reingeben, denke ich. Äh, wie funktioniert das? Diamond Shield. Äh, Repertations-Item-Diamond, okay. Irgendwie da oben, glaube ich. Quests? Nee. Kann man, ich frage mir mal Flo, ob ich das irgendwie machen. Okay, Item, äh, Quality Thick. Äh, äh, was habe ich schon gekriegt? When in Offhand. Okay, in Offhand. Minus 5 Speeds, aber 0,5 Amor, okay. Ich könnte mich mal behalten hier. Das heißt, ich gehe, glaube ich, gleich mal zum Spawn und mache hier mal, ähm, so ein Dings. Und mache mal ein paar Dinge. Ich weiß jetzt nicht was. Quality, bulky, when in hand, crowbar. Okay, crowbar. Ich muss unbedingt mal demnächst ja auch assortieren. Äh, so. Dann mache ich hier Eisen hier rein. So, so, so. Ähm, all right. Denke ich mal zum Spawn hier. Aber ich kann eigentlich zu Flo auch rübergehen, denke ich. Äh, weil ich habe jetzt alles. Was gibt es denn noch für Quests? Genau. Äh, Bauer, Miner, Krieger, Begleiter, Community, Online-Fiction-Frame. Obwohl er topst. Also, willkommen. Schenk ein Spieler, ein Geschenk. Äh, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Äh, Geschenk. Was habe ich denn? Äh, ich kann Natur Melon Slice. Das kann ich Ihnen geben. Und, äh, ja. Was kann ich Ihnen noch geben? Ich kann Ihnen geben. Äh, was kann ich Ihnen geben? Äh, ich kann Ihnen geben. Ein bräußendes Potato. Oder ne, warte. Das, das, das gebe ich, glaube ich, Tops. Weil Tops, äh, es sind Dussel. Ich kann Ihnen Melonen Seeds geben. Das habe ich nicht gefunden hier. Ähm, okay. Ich mache rüber hier zu Flo. Aber ich finde den Weg, das sieht richtig cool aus, gell. Könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Weg hier findet. Ähm, Flo. Ich hoffe, er geht gleich rüber. Warte, ich gehe mal kurz zu Flo und dann sehen wir uns gleich wieder. Äh, so, ich bin jetzt hier gerade noch stehen geblieben, äh, beim Spawn hier bei meinem Kopf. Nämlich habe ich jetzt das Geld mit 50 Dollar und zweimal 20. Also jetzt gibt es einmal 20. Ich glaube, ich kann mir jetzt zwei Chunks, glaube ich, kaufen. Ähm, oder mit 40 halt einen von denen. Vielleicht kann man halt schauen, ob, äh, Tops oder hier Irgendwer schon mal, ähm, was ist hier, So, So, Mach und So, Mach. Ob hier Irgendwer schon Chunks hat. Ähm, ich denke aber nicht eigentlich. Äh, nö, am Spawn zumindest nicht. Warte mal, ich kaufe mir also einen Chunk. So, mach ich so. Äh. So, ich schätze, man muss hier einfach hier, ähm, ich glaube, ich kaufe mir gleich zwei Chunks. Ähm, oder warte mal, ich glaube, ich kaufe mir mal einen Chunk hier. So, einen Chunk. Das heißt, ich kann mir einen Chunk jetzt, äh, claimen hier. Äh, E und so. Ähm, aber ich glaube, ich claim den erst zu Hause bei mir. Und, äh, und dann, ja, warte mal, ich kaufe mir eins. Das heißt, eins. Äh, zwei, drei. Das heißt, ich kriege... So. Oder warte mal. Jetzt habe ich jetzt zwei. Und zehn Euro behalte ich mal. Das heißt, ich schmeiße das irgendwie mal hier weg. Das nimmt eh keiner. Das heißt, dass ich bezahlt habe. Ne, warte mal. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, 50. Das heißt, ich habe... Schau, ich habe jetzt, äh, 50. Das heißt, ich kriege zehn Dollar wieder zurück. Das heißt, ich habe jetzt zwei gekauft. Oder? Denke ich. Warte mal, jetzt gehe ich so. Das heißt, 60. Das heißt, ich habe drei. Genau, ich habe genau drei gekauft. Das heißt, ähm... Okay. Äh, Tobi stinkt, schreibt er. Okay, das heißt, ich habe genau drei Chunksets. Warte, ich gehe jetzt noch mal zu Flo hier. Ähm, so. Ähm. Ich hoffe, Flo ist jetzt da oder so. Ähm, so. Flo, kann, äh, kann ich kommen, freizeichen? Ups, ist gleich freizeichen. A, schreibt er. Okay, warte, ich spiele gerade irgendwie Level ab, weil ich will hier nämlich eine... Warte, ich brauche noch, glaube ich, noch eine Chest zuerst. Ähm, so. Wobei, so. Wobei, so. Eine kleine Chest hier. Äh, weil ich brauche die Quest nämlich auch hier. Aber ich kann hier mit der Axt nicht gestattet abbauen. Das ist dumm, gell. Ich lasse den Craft in Kieran mal bei ihm dort. Ähm, so. Tim Milone, er hat ja einen kleinen Schild. Ist richtig cool. Und die Brücke ist auch richtig cool von hier. Ähm. So. Ähm. Ich hoffe, der ist da. Flo, bist du da irgendwie? Ähm, warte mal. Ähm, Flo? Hallo? Äh, bist du da? Äh, ja! Wo bist du? Warte, ich komme gerade zu dir. Ich komme gerade zu dir, warte. Ich komme gerade zu dir, bei dem Haus bin ich. Glaube ich. Ist das dein Haus? Oh mein Gott, alle, ich habe gerade... Lol, wie sieht denn dein Haus aus? Komm an die rein. Ey, Julian, ich habe gerade... Ey, ich bin gerade... Ich bin gerade fertig mit meiner Folge. Ey, ich habe... Ey, ich habe eine Götterprüfung gemacht. Guck mal, 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 schau mal in die Kiste. Ja, was? Dings... Mein Gott ist auch gerade gekommen, gell? Das ist gerade zuerst... Ey, was hast du für ein Gott? Ich habe Zeus. Der ist gerade von Luft oder einer Route gekommen oder so. Ich habe zuerst auch schon solche Blitze gehört. Ich habe mit dem Teil. Ah, ich habe übelst viele Question fertig, gell. Dings, da, 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 schau, komm mal her. Ich muss dir ein Geschenk machen, so, so. Das ist ein Geschenk. Hä? Oh, was ist das? Die Melonen habe ich gefunden und die Melonen sind jetzt keine Ahnung. Kannst du gar nicht halten. Dann habe ich die Quest, easy. Nice, danke. Dings, Dings, weißt du, weißt du, wie das funktioniert im Spawn mit den Dings, mit den, äh, mit den Chunks? Ja, 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 du kannst herkommen, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Versuch mal irgendwas abzuponnt da. Oh, lol. Ich meine, ich werde das Geld entlösen oder hast du das Geld einfach weggeschmissen? Nein, du drückst auf den Knopf, der nimmt dir automatisch das Geld aus dem Momentar. Äh, bei mir hat er nicht das Geld aus dem Momentar genommen, dann habe ich es jetzt einfach weggeschmissen. Hä, wirklich? Äh, ja, keine Ahnung, warum. Das ist irgendwie buggy oder so. Verpackt. Ja, äh, genau das, das Dings hier, da, dann kann ich eigentlich die Quest einflamen. Ja, normalerweise soll das, äh, Dings wegwerden. So, äh, wo ist denn das? Äh, willkommen, ähm, da, Detects, äh, und Claims, so, habe ich Claimed. Ey, Hauptsache, ich habe alle X-E-L-Quests abgeschlossen. Ich habe auch fast alles. Oh! Blastbow! Shoots Explosive Arrows! Was? Was? Ich habe nur Moonstone Bow bekommen. Der ist lila, der schießt explosive, äh, explosive Pfeile. Ey, wenn du das bei mir schießt, dann schießt das auch. Das mache ich für Zoos. Ja, äh, dann wünsche ich dir noch irgendwie einen schönen Tag hier irgendwie, äh. Ayron, Ayron, wenn du gegen Trupps was machen willst, ähm, Ups, er hat mir gerade aus dem Metall gerutscht Das wäre nicht, das wäre nicht Oh, 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 die Dings hier bin ich reingelaufen Ja, dann hast du noch irgendwie einen schönen Tag Ciao So, okay, dann Der hat ja schon eine Chance, aber anscheinend soll irgendwie Der Computer, der Quest-Computer Also nicht der Quest-Computer, der Dings hier Meine Sachen hier irgendwie rausnehmen Aber der hat er irgendwie nicht, ich weiß nicht warum Oh, so, jetzt keine Ahnung Warte, ich brauche noch ein bisschen Essen Hätte ich mir noch Essen mitnehmen sollen Ähm, so Ich weiß nicht, ich kenne mal Schaf hier So, aber Explosive Arrow habe ich Also so ein Bogen, der Explosive Arrows macht Was ist denn das für ein Fee? Das stinkt hier, au, okay Das stinkt, okay, ähm Dann gehe ich mal wieder nach Hause, jetzt habe ich ein bisschen Essen Kann ich auch irgendwie den Dings füttern Aber die Brücke sieht ja halt megamäßig cool aus Einfach hier vom Floh, mein Tower ist auch schon riesig cool Ich erkunde in der nächsten Folge an, was hier Der Tower sein soll, also keine Angst Hier, ähm, immer einfach, äh, ja Hier immer einfach dranbleiben Und, äh, ja Wer die Folge, Folge, bei der wir nicht gesehen Und zwar die erste Folge Ähm, einfach rechts und bei mir auschecken hier Können wir gleich noch einen, äh, einen holen hier Hier liegen die immer noch So, abzogen Es wird aber nicht abzogen So, 1, 2 Und auf Ciao, äh, Ciao Ähm, so Das heißt, ich kann Habe jetzt Ja, wie gesagt Ihr hast ein 30.job hier Äh, dann kommt ihr auf den Merchstop So, ich habe jetzt insgesamt 60 Ah, ich habe 4, äh, Dings hier, glaube ich Ich habe 4 Dings 4, ähm, Claims jetzt Also hier 4 Chunks ich claimen kann Was relativ cool ist hier Okay, ähm, ich glaube ich claim erstmal hier irgendwie mein Haupthaus und mein Turm Das ist dazwischen am besten Ähm, aber ja Durch, äh, durch West hier Kommt, bekommt man hier praktisch Geld Ähm, alright Dann mache ich so Äh, ja, denn Die Chunks claim ich, glaube ich Äh, nächster Dings hier Und, äh, der Gott hier Keine Ahnung Der ist hier gerade am Spaziergang Ja, wie gesagt Äh, lasst ein Like und ein Abo da Für mehr Und wie gesagt Äh, hier beim Shop Saftiger Merch You last 30.shop hier Äh, das ist ja auch richtig cool Äh, Merch geschafft Also, äh, kauft hier Richtig cool Einfach Dadurch unterstützt mich auch noch nebenbei Dass bessere Videos kommen Und der Mensch ist einfach richtig cool In allen Farben gibt es hier T-Shirts Hoodies Alles mögliche Ja, lasst ein Like und ein Abo da Und die Glocke aktiviert Äh, die aktiviert die Glocke Und Ciao Tschüssi Tschüssi Tschüssi